Herzlich willkommen zu AT&Tour Special Edition auf der AgriTechnica. Zum Auftakt der AgriTechnica haben wir heute einen besonderen Gast, der sich auch zu AgriTechnica äußern kann. Nämlich Gerika Sozia, Hans-Rupiah, Präsident-Channel, Präsident, CEO und CEO-O an AGCO und er wird uns heute auch im Patienten zur AgriTechnica geben. Was ist die wichtigste, dass die AgriTechnica für alle? Well, at AGCO, unsere ganze Strategie ist, die Pfarrer am Herzen zu bringen. Wir wollen die Pfarrer-focused Unternehmen in der Industrie sein. Und diese Möglichkeit, die mit Tausende Pfarrer aus dem ganzen Weltkrieg, ist ein wunderbarer Weg für uns, zu hören, was auf der Linie ist und zu bekommen. Es ist auch eine Chance, mit vielen anderen Unternehmen in der Industrie, und die ihre Ideen in, um sicherzustellen, dass wir unsere Schiene und unsere Daten-Platform die möglichst produktiv sind für unsere Partnern. Das ist eine Frage. Genau. Eine Frage. Eine Frage. Was Das ist die Frage, die wir bereits erwähnt haben. Was ist die Frage, was wir sehen? 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 Ich sage drei Buckeken. Wir haben eine clean-energie-Konferenz. Wir sehen uns die Elektro-Trakte kommen. Das ist die erste in viele. Wir werden unsere strategie mit verschiedenen verschiedenen Fällen anzusehen. Die zweite ist die Automation. Automation. Automation auf der Weg zu Autonomie. Wir werden das mit dem Thema. Die dritte ist die Daten und Daten-Platforms. Wir haben heute die Investition in Next Machine Farming. Wir haben es über eine Woche über die Triple-Trunk-Venture. Die zwei haben uns gemacht. Die beste Daten-Industrie-Data-Platform. Und so die Kombination von den drei ist die Zukunft. Das ist die Daten-Industrie-Konferenz. Das ist die Daten-Industrie-Konferenz. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.